Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Spalforce. Direkt schön startend mit einem Level-Up. Das ist doch Wunderbärchen. So, der wird direkt ausgetauscht und der ist sogar noch nützlicher als einfach dieser Hexer. Der Hexer hält nichts aus, gar nichts. Oh, ich habe ja auch noch ein paar Sachen, das hätte ich eigentlich alles machen können. Also schon in mein Büchlein reinmachen können. Egal. Das ist auch der Prinzip, ja. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in Fastholme. Und wir müssen jetzt hier weiter voran. Ich habe übrigens von demselben Set schon mal zwei Gegenstände. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt. Aber Effekte der Satzgegenstände erhöhen sich. Laufen oder was? Ne. Upsa. Keine Ahnung. So. Blöden wir nach... Oh. Oh nein, was machst du? Oh. Na ja, egal. Oh nein, das ist... Das ist der Ort hier. Ja. Mhm. Ach, kann ich doch gar nicht benutzen. Boah, Stufe 16. Ich glaube, es ist eigentlich angedacht, dass ich dann hier Stufe 16 bin, oder was? Wie soll denn das gehen? Was stellen die sich dann da vor? Oh, warte, ich bin da unten. Was ganz gut ist, wir müssen im Grunde genommen keine Stadt aufbauen, weil wir haben hier alle schon. Wo finde ich Windjalf, den Schmied? Windjalf? Ha! Windjalf ist fort. Und wir werden es auch bald sein. Das Beben im Eis hat alte Kammern geöffnet. Und alte Gräber. Totgeglaubte Feinde kommen wieder ans Tageslicht. Gork, ein untoter Riese aus der alten Welt, ist jetzt wieder frei. Und hat Windjalf gefangen. Im Osten foltert er ihn in seiner Höhle. Währenddessen strömen seine Schergen gegen unsere Welle. Mein König, ein neuer Angriff beginnt. Steht nicht da wie angewurzelt, Runenkrieger. Ruft eure Truppen herbei und verteidigt die Stadt. Bedient euch unserer Gebäude. Verstärkt unsere Verteidigung. Ja, das ist jetzt abhängig davon. Ob bereits. Ähm... Von den anderen. Die Lichtsäulen aktiv sind oder nicht. Davon ist das abhängig. Ich meine, ich bin hier auch schon mal so lang gelaufen, dass ich nahezu alles zerstört hatte. Bis auf vielleicht ein Lager oder irgendwie so. Aber... Im Moment komme ich mir doch recht schwach immer wieder vor. Achso, und eine andere Waffe habe ich jetzt auch ausgerüstet. Ähm... Ich habe jetzt diese hier. 9 bis 23. Also hier ist sonst auch nichts weiter. Rohstoffen soll es nicht wirklich mangeln. Aber man kann trotzdem sehr in Bedrängnis kommen. So, das ist bis jetzt auch der einzige Weg, den wir latschen können. Wenn ich hier so an den Rand gehe, müsste es sich doch auch aufdecken, hä? Sie kommen! Da ist auf jeden Fall da, ja. Zu den Wellen! Das ist doof. Die haben bereits Licht sollen. Dann aktiviere ich das mal und nehme die ganze Stadt in Beschlag. Dann geht's hier. Da prasseln die Angriffe auf jeden Fall immer wieder. Ja, aber ich muss auf jeden Fall von hier aus auch, ähm, entsprechende Gefahren eliminieren. Die werden Weichen durchhalten, aber halt auch nicht immer, ne? Beziehungsweise nicht für immer. Naja, wir werden es schon hinkriegen. Jetzt möchte ich nur gucken, was für ein Level die haben. Es geht ja noch, Todesbote, Blünderer. Ja, aber alleine schaffe ich das auch nicht. Wird sich zeigen, ne? Sie sind jetzt noch am Kämpfen. Da kommen sie zurück. Da muss einer rein. So. Da muss ich gucken, halt, wie gut ich das hinkriege, na? Allein hier unterwegs zu sein. Ich muss auch mal in die Richtung gucken, ob da noch irgendwas Gefährliches ist. Fällt mir bloß noch einer, noch einer. Dann habe ich hier oben schon mal alles voll. Weil die da unten, die gehören nicht zu mir. Aber hier unten gibt es dann wieder noch wie eine Schweinezucht und so. Schmelze. Noch mal eine Schmiede, warum ich auch immer ich die normal dingsen sollte. Da gibt es ja auch einfach so mittendrin noch eine Schweinezucht. Warum auch nicht. So, einmal in die Richtung. Ob da noch irgendwas ist? Eine Kiste auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken, was hier ist. Damit ich halt einfach gewisse Gefahren ausschließen kann. Ich meine, ich bin ja auch mit meinen Helden unterwegs. Unter anderem. Aber ich weiß nicht mehr, wo das Heldenmonument ist. Das sieht so wichtig aus, aber ist nix. Also zumindest jetzt nicht. So, da brauche ich eigentlich nur noch eine Person, ne? Gut. Ach guck, da kommt der nächste Angriff. So, die Angriffe kommen schon mal von hier. Sollte mich eigentlich von da niemand anfallen können. Ohne Krieger! Zu mir! So. Ah, die Bogenschützen weiter hier. Nein! Fast von Kriegspriester und fast von Miliz sind gestorben. Ich glaube, davon jetzt aber keine weitere Hilfe. Großartig. der Preis wird hoch sein, mein König. So. Zehn der Ehren für einen von uns! Schön. Freut mich. Ich muss das gerade mal gucken. Kriegspriester. Weißen ist doch nicht so eine Einheit wurde aufgewertet. Kein so wirkliches Problem. Runenkrieger! Zu mir! Vor allem mit Schmelze und so. Nehme ich das noch. Eine Einheit wurde aufgewertet. Und ganz, ganz, ganz wichtig, das da. Eine Einheit wurde aufgewertet. So, jetzt ist noch noch die... Das brauche ich eigentlich nicht. 400 Mondsilber. Wie viel Mondsilber haben wir denn? Also Eisen haben wir definitiv mehr als genug. Mondsilber ist hier auch noch. Da müsste ich, glaube ich, noch eine Mine bauen. Ich gucke gerade. Gebaut sein müsste hier eigentlich alles. Das große Haupthaus nicht. Oh, da kommt schon wieder der nächste Angriff. Wir werden das hier nicht lange machen. da sind jetzt ein paar mehr draufgegangen. Und ich alleine kann so eine Riesenwelle definitiv nicht standhalten. Nein, jetzt macht ihn doch weg. doch. Ja, das sind jetzt schon ein paar weniger, ne? So. Gutes Stück weniger. Ich muss mal gucken, dass ich hier vielleicht ein paar Verteidiger schon mal habe. holen Sie mich auch noch gut was hier. Dann brauche ich noch das große Haupthaus. Also mittendrin. Da mache ich nämlich auf jeden Fall schon mal ein paar Verteidiger hier dazu. So, jetzt müsste ich mal gucken. Oh je, oh je, oh je. Wie ich das hier oben am besten schaffe. Weil auf einmal ist zu viel. Aber ich meine hier nicht unweit entfernt ist auch das Seldenmonument. weil die Leute haben halt auch nur so eine lange Strecke zum Laufen da. Ist ja auch nochmal ätzend. das Upgrade habe ich noch nicht. Brauche ich aber auch 400 Moonsilber. So, gut. So, ein paar anlocken. Totesbunden sollten eigentlich kein Problem darstellen. Das hat im Endeffekt nur schnell genug sein. So, okay. Damit ich halt entsprechend die Häuser auch kaputt machen kann, ne? Nidhalf sei mit uns. Das ist das Ende. Die Linien müssen halten. So gehen wir ein in Nidhalfs Reich. Dort treffen wir unsere Ahnen und Waffenbrüder und rasten, bis Nidhalf erneut unsere Seelen schmiedet kampfendlich wieder kämpfen. Nur zu! So. Das kommt jetzt hier noch so mit dem Verteidigen ganz zusätzlich. Weil das sind ja alles nur Nahkämpfer, was sie da haben. Hier bin ich für ein neues Leben in Ehre und Stärke. geht es los ist im schritt voraus das habe ich schon mal sagen ich mache verteidiger zu mir kann ich auch schon wieder und ich kann mir diese verbesserung eine einheit wurde aufgewertet ich mache ich noch ein paar scheine zuchten kommt her mensch wir müssen reden ja 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 ich komme mal hin verteidigt habe ich ja hier bin ich hier auch sicherheitshalber noch hier stehen einfach für den feiler fälle und die könnte ich jetzt auch schon upgraden eisen 500 nahrung monsilber naja ich will ja im endeffekt aufgewertet und genügend dinge sollte ich sowieso haben sprechen wir mal mit dem typen dann haben wir das bis jetzt schon mal ganz gut überstanden das ist eigentlich auch voll gerne irgendwie ein händler ihr habt gut gekämpft mensch schöpft neue kraft bald werden weitere angriffe beginnen was hat es mit windjalf und diesem riesen auf sich als diese berge hier noch jung waren da stritten sich die riesen gorg von den eisfelsen und utru von den feuersehen zwei brüder wie sie gegensätzlicher nicht sein können keiner von beiden konnte die oberhand gewinnen und so dauerte ihr streit jahr um jahr jahr jahrzehnt um jahrzehnt fort da fuhr gorg von dem geheimnis des feuerbands das die zwerge der alten zeiter gründet hatten ein zauber der es den schmieden erlaubte an den heißesten essen im innern der erde zu arbeiten da griff gorg die gier und er drängte einen schmied der zwerge ihm dieses geheimnis zu verraten doch der verharrte in schweigen gorg ersann eine list und lud die zwerge zum fest der sonnenwende in seine höhle im ewigen eis als die zwerge feierten und trunken wurden da sprangen plötzlich gorgs getreue wolflinge hervor und packten sie nun forderte gorg von ihnen das geheimnis des feuerbands oder er würde sie alle erschlagen windjalf ging zum schein darauf ein und bat den riesen näher zu kommen damit er ihm das geheimnis ins ohr flüstern könne als der tumbe riese sich zu ihm herabbeugte da ergriff windjalf blitzschnell die axt eines wolflings trennte gorg den kopf vom rumpf und floh doch selbst der kopflose körper taubelte ihm noch nach so groß war die gier des riesen seine brüder rangen die wolflinge nieder doch immer mehr strömten aus den höhlen hervor und noch immer folgte der kopflose riese dem zwerg da nahm windjalf seinen hammer und schlug mit aller kraft gegen die wände der höhle fels und eis erwebten die höhle des riesen stürzte in sich zusammen sie begrubt gorg und seine diener aber auch viele zwergen brüder unter sich nun haben die beben die alte kammer geöffnet und selbst nach seinem tod noch trachtet der gierige zornige riese nach windjalfs geheimnis währenddessen dachte so ok wird angegriffen überlebe ich das ja wird schon ich muss zu windjalf solange die untoten in horden heranströmen ist es unmöglich zu windjalf vorzudringen aber vielleicht gibt es einen weg ihren ansturm aufzuhalten die angreifer kommen über den südpass wenn wir ihn verschließen müssen sie über das heilige feld die statue in unserer ahnen werden mit ihrer heiligen macht ihre zahl verringern wie kann der südpass verschlossen werden mit einem steinsturz dazu braucht ihr einen steinbrecher es sind schon leute zu ur am unserem steinbrecher unterwegs aber wir haben nichts mehr von ihnen gehört er hat sein haus auf der anderen seite des berges versucht ihn zu erreichen aber lasst eure truppen hier in der stadt es wird sicher neue angriffe geben wenn ur am noch am leben ist soll er den überhang mit seinen sprengmitteln zerstören so lässt sich der südpass verschließen und mittlerweile gibt es glaube ich nur noch meine leutchen nicht mehr die anderen würden das auch noch ein bisschen länger aushalten jetzt machen sie hier meine verteidiger alle kaputt boah ernsthaft das regt mich so dermaßen auf so jetzt habe ich noch drei knochenkönige hier mehr davon los mehr davon los So, ich habe jetzt fünf von denen, fünf von denen. Jetzt muss ich kurz hier bleiben, ne? Schnell! Damit ich sicher gehen kann, dass hier nichts passiert. Und die allein können ja gegen die auch nichts ausrichten. Da muss ich ja auch schon wieder mit. Oh Mann. Ich habe jetzt sechs Verteidiger noch hier. Ich hatte 15. So, das hat schon mal geklappt. Dabei werde ich hier angegriffen. Aber ist auch nicht das Problem. Geht es los? Endlich wieder kämpfen. So. Kümmern wir uns hier um. Meine Axt wartet schon. Zu allem entschlossen. Kommt nur her! Hier bin ich! Nein! Da kommt ja nochmal eine Welle. Aber allein halten es meine Leute noch gar nicht aus. Oh Gott. Zu allem entschlossen! Fällt mir jetzt wieder einer? Ja. Ein Verteidiger fehlt mir. Wie schön ist es. Meine Axt wartet schon. Meine Axt wartet schon. Kampf frei! Mit bestem Schritt voraus! So. Ich bin bereit. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten! Das ist eine Falle! Mehr davon! Los! Stand halten, Männer! Das ist euer letzter Fehler. Vorsicht! Gegner! Mehr davon! Los! Ich kriege einfach mal ein bisschen zu viel Schaden ab. Wow! Kommt nur her! Mehr davon! Los! Jetzt werden die oben auch wieder angegriffen. Vielleicht will ich mir mal so zwischendurch auch... vielleicht muss ich da bleiben. Kampfbereit! Das ist euer letzter Fehler! Das ist eine Falle! Zu allem entschlossen! Das ist euer letzter Fehler! Kampfbereit! Ich muss es unten schön im Blick behalten. Das ist eine Falle! Das ist euer letzter Fehler! Das ist euer letzter Fehler! Was ist eine Falle? Die Ahnen rufen uns! Was ist eine Falle? Kommt nur her! Runentrieger! Zu mir! Wo? Kommt nur her! Wir werden angegriffen! Lasst sie nur kommen! Vorsicht! Gegner! Warum kriege ich so für Schaden? Ich bin doch gleich wieder tot, ich bin gleich wieder tot. Wir werden angeguckt, es ist so herrlich. Mit wieviel wenig Leben ich das einfach überstanden hab. Ein bisschen weiter hier hinten hin. So, was hab ich jetzt an Leuten aus? Drei Kriegspriester brauche ich. Und der Rest ist Elite. Ich hoffe da wird jetzt keiner nochmal gespawnt. Hier wird das nämlich dann gesprengt und kaputt gemacht. Und der hier? Warte nimmer. Sofort! Folgt mir! Aber die sind das, die dann eben entsprechend helfen. Da ist unser komplettes Ziel. Da ist ein Lager. Da unten geht's nämlich auch lang. Kampfbereit! Hier will ich halt auch erstmal die lassen, ne? Oh oh. Unten kommt die nächste Welle. Ich hoffe, dass sie überleben die. Ich hoffe so sehr. Sofort! 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 Mir nach! Ich dürfte jetzt eigentlich unterwegs nichts mehr sein. So. Meine Axt wartet schon. Marschieren los! Kampfbereit! Mit festem Schrett voraus! Geht es los? Mit festem Schrett voraus! Nur zu! Auf geht's! Hier bin ich! Was ist denn eine Wahl? Die Ahnen rufen uns! Oh komm! Kommt durch! was ist eine falle lassen sie nur kommen mehr davon So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich habe jetzt zuerst die weggemacht, die halt entsprechend eine Aura hatten. Und ja, so. Folgt mir eine Kiste. Oh. Der König schickt mich. Mit Kämpfen habe ich nicht viel am Hut. So, fertig. Auf geht's, Menschlein. Schön Schritt halten. Jupp, jupp. Ach. Jetzt sind wieder Gegner da, ne? Und die nächste Welle kommt. In die Schlacht. Kampf bereit. Wo ist der Feind? Meine Axt wartet schon. So, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Frostgletsch. Kämpft, Männer! Das da wird eher ein Problem. Zuerst mal die mit der Aura weg. Die halten nicht viel aus, machen aber... Aber... Sind das nicht. Das sind der Fehler. Hier bin ich. Der Feind. Was ist deine Falle? Dass auch dieser einzelne Älteste dort ist einfach, ne? Was ist deine Falle mit nach? Jetzt können die anderen alle... Das ist euer letzter Fehler. Sofort! Oh je, oh je, oh je, oh je. Geht es los? So, drei Leute habe ich wieder verloren. Das ist interessant. Macht der da ein Feuerdingster-Bumpster oder was? Folgt mir! Kämpft, Männer! Die Linien müssen halten! Das kämpfen ist nicht so seins, ne? Macht aber ordentlich Schaden, wenn ich da allein seine Waffe sehe. Naja. Sofort! Sofort! Gib acht gleich rumst es! Na komm! Na jetzt! Und wie leuchtet das? Auf einmal hier so. Und los! Und jetzt dürfen die da nicht mehr durchkommen. Ich gehe mal mit meinen Leuten lang und guck mal. Auf geht's! Endlich wieder kämpfen! Aber die dürften jetzt hier nicht mehr durchkommen. Vorwärts, Zwerge! Ich will nur sicher gehen, dass jetzt von hier aus keine Gefahr mehr droht. Achso, hupser. Ich muss mit ihm reden anscheinend. Endlich wieder kämpfen! Mit festem Schritt voraus! Auf geht's! Was gibt es, Mensch? Vielen Dank, Uram. Haha, hat ordentlich geknallt. Was will man mehr? Jetzt geht und macht diesem unheiligen Gewürm den Garaus, Freund. Dumm wie sie sind, werden sie nun geradewegs durch das heilige Feld trampeln. Das wird ihn nicht bekommen. Haha. Ragnar glaubt, dass die Magie der Grabmäler die Untoten schwächen wird. Schwächen ist gut. Die Geister unserer Ahnen werden jeden Untoten, der den Statuen zu nahe kommt, postwendend in die Unterwelt zurückbefördern. Und da waren es nur noch neun. Hahaha. So genug geredet. Nutzt die Gunst der Stunde und greift an. Auf jeden Fall. Auf geht's! Man sieht ja, dass die jetzt da langlaufen. Mit festem Schritt voraus. Genau, so ist das gedacht. So. Vorwärts, Zwerge! Ja. Ja. Ja.